Es gibt sie noch, unsere alte Hammerschmiede. Hier hat alles angefangen vor über 200 Jahren. Denn hier wurde ein Feuer entfacht, das immer noch brennt. Wir waren und wir sind mit Leidenschaft Metallbauer. Aber wir sagen noch viel mehr als das. Stimmt. Wir sind auch Sprayer. Wir sind Roboter-Domteure. Laserlenker. Und digitale Perfektionisten. Wir sind Obstbauern. Wir sind Gastronomen. Und Genießer. Wir sind Ästheten. Offen für die Welt und weltoffen. Wir sind Selbstversorger. Damit. Damit. Sogar damit. Wir sind Zahlen-Jongleure. Und Organisationstalente. Apropos Talente. Wir sind Schmiede geblieben. Nicht mehr mit Hammer und Amboss. Aber mit Herz und Ahnung. Zusammen sind wir viele. Und vieles. Und doch in einem Eins. Wir sind mit Leidenschaft Metall-Aura. Wir sind mit Leidenschaft Metall-Aura.